Ja moin zusammen, super, dass ihr auf Dienstag wieder dabei seid, Tanaka-Transfer zu Borussia kurz vorm Abschluss, sind Pavlidis und Schotar auch im Anflug und es ist soweit, Pokal-Viertelfinale gegen Saarbrücken, es ist wohl die wichtigste Woche für unsere Borussia in dieser Saison, das Pokal-Halbfinale ist drin und ein ganz ganz wichtiges Ligaspiel gegen Darmstadt und da braucht die Mannschaft unsere volle Unterstützung und Buschis Borussia braucht auch die volle Unterstützung, damit wir die 17.000 voll machen mit einem kostenlosen Abo und einem Daumen nach oben. Und ja, ich habe vernommen, viele regen sich auf, wenn ich immer sage, kostenlos Abo und Daumen da lassen, das ist die einzige Währung, die ich habe, um den Kanal voranzubringen und manche vergessen dann einen Daumen nach oben da zu lassen, deswegen mache ich es, also locker durch die Hose atmen, regt euch deswegen nicht auf und lasst einen kostenlosen Abo und einen Daumen da und ich würde sagen, wir starten rein, bevor wir mit dem Spiel loslegen Saarbrücken, kommen wir erstmal zu den aktuellen News und Borussia will für die kommende Saison groß aufrüsten, der Blick geht wieder Richtung Europa und wer soll da helfen? Das ist auf jeden Fall Tanaka von Düsseldorf. Die Bild hat berichtet, der Transfer sei so gut wie durch, praktisch durch, das ist Transfermarkt auch drauf eingegangen, alle sind dann drauf eingegangen. Die Ablöse soll zweieinhalb Millionen betragen. Ja, zum Spieler komme ich jetzt gleich noch. Sky hat andere Informationen, Borussia ist definitiv interessiert, aber durch ist da noch nichts. Ich würde mich aber mal festlegen, dass Tanaka nächste Saison im Borussia-Park aufläuft. Für mich wäre das ein Top-Transfer, auch wenn es nur zweieinhalb Millionen sind, die hat man im Pokal schon hoffentlich dann eingespielt. Er ist ein absoluter Arbeiter, extrem laufstark, aber auch mit einem Blick nach vorne, macht seine Tore, macht seine Vorlagen in der zweiten Liga. Japanischer Nationalspieler, mit dem kann man absolut nichts falsch machen. Wäre dann auf lange Sicht gesehen vielleicht so ein Kramer und Leit-Kone-Nachfolger. Zu dem Hauptnachfolger von Kone kommen wir jetzt gleich. Also wie gesagt, mit Tanaka kannst du nichts falsch machen. Würde ich mich riesig drüber freuen, wenn der Transfer dann zeitnah über die Bühne geht, weil da werden auch noch andere Vereine drauf aufmerksam werden. Und ja, würde mich sehr, sehr freuen. Wo ich mich auch drüber freuen würde, ist Joris Schuttar. Da soll Gladbach auch wieder extremes Interesse dran haben. Das wäre dann der Nachfolger wahrscheinlich für Manu Kone. Ist ein deutlich defensiverer Spieler als Manu Kone. Ist so ein defensiver Spielmacher mit einer gewissen Aggressivität. Neben Weigel kann ich mir das schon extrem gut vorstellen. Wäre dann schon einfach der Kone-Nachfolger. Da wäre auch dann eine Ablöse zu bezahlen. Hat nur noch Vertrag bis 2025. Ich gehe mal davon aus, dass man den zwischen 10 und 15 Millionen dann im Sommer holen kann. Das möglich ist. Die Ablöse sollte Kone uns auch einspielen. Auch wenn er gerade nicht in der besten Form ist. Ich glaube, dass Manu Kone trotzdem einen Riesenmarktwert hat. Als U21-Nationalspieler von Frankreich, gerade in der Liga, glaube ich, dass wir Minimum 30 Millionen für Manu Kone bekommen. Manche sagen, Buschi, das ist eine Traumwelt. Dann lebe ich in meiner Traumwelt. Wir werden alle im Sommer wissen, ob Kone vielleicht verlängert. Vielleicht verlängert er auch. Vielleicht geht er. Und dann sage ich, kriegen wir über 30 Millionen. Im Sommer werden wir gucken, wie viel dabei rausspringt. Und dann ist mal wieder ein Gerücht aufgetaucht, dass wir an Pavlidis interessiert sind. Auf Vertrag bis 2025. Das kann ich mir tatsächlich nur vorstellen. Marktwert von 25 Millionen hat in 20 Spielen 20 Scorer, also 20 Tore plus eine Vorlage gemacht. Den Transfer, da sind wir ja schon gefühlt seit drei Jahren dran, also zumindest interessiert nach der Gerüchteküche, kann ich mir nur vorstellen, sollte Player gehen. Also wenn einer die Ausschicksklausel, die es wohl im Players-Vertrag gibt, zieht, könnte ich mir vorstellen, dass das der Player-Nachfolger dann sein wird. Player ist ja eher unser Spielmacher als klassischer Stürmer. Pavlidis ist ein klassischer Mittelstürmer. Aber das könnte ich mir nur beim Player-Abgang vorstellen. Weil sonst sind wir mit Jordan, Schwanscherer, Player plus dem Nachwuchs, Butelli, Fukuda, Ranos eigentlich vorne drin in der Spitze, aus meiner Sicht gut besetzt. Wäre natürlich ein wahnsinniger Transfer, wenn das klappen würde, weil der Mann weiß, wo das Tor steht. Aber das kann ich mir nur vorstellen, wenn Manu Cuné geht plus wahrscheinlich noch ein Offensivspieler. Und dann wäre es aus meiner Sicht Player, aber hoch, hoch spannender Mann, definitiv. Ja, und ich fände die aktuellen Transfergerüchte gut. Gucken wir mal, was draus wird. Hoffentlich werden auch noch einige ihre Verträge verlängern. Nikolas, da denke ich an Nikolas, an Netz, an die Takura. Mal gucken, was da kommt. Und Rainer sagt, wir sind auf dem richtigen Weg. Damit bezieht er sich auch auf eine Marco-Reus-Rücke, die er eigentlich ausschließt. Klar, bei aller Aufregung, die es immer gibt, auch in den letzten Wochen nach der Niederlage gegen Bayern. Ich sehe da schon was am Entstehen, definitiv. Wir müssen einfach zusehen, dass wir morgen ins Halbfinale im Pokal kommen, auch aus finanzieller Sicht. Und eine ruhige Saison spielen. Ich glaube, auch mit dem Kader bleibe ich dabei. Es ist zwischen Platz 8 bis Platz 8 alles möglich. Und im Pokal zwei Siege, also jetzt noch drei Siege. Dann holst du das Ding nach Mönchengabbach. Kann alles passieren. Im Fußball wird passieren Zeichen und Wunder. Ich sehe uns eigentlich gut aufgestellt. Mit noch ein paar Anpassungen im Kader, ein paar Abgängen, ein paar Anpassungen, wird die Champions League bald wieder im Borussia-Park klingen. Passt drauf. Denkt an meine Worte. Und jetzt kommen wir zum Spiel gegen den FC Saarbrücken. Und da hat Seohane gesagt, wir brauchen 16 Top-Spieler morgen im Pokal. Und ich glaube, Saarbrücken hat uns den größten Gefallen getan mit dem Lied, was sie rausgebracht haben. Ich glaube, irgendwie wie hauen Gladbach raus. Also hätte das jemand oder so ähnlich in der Kreisliga damals bei mir gemacht. Im ersten Zweikampf wäre dann schon einer bei mir über die Bande gegangen. Ich hoffe, die Spieler machen es bei uns morgen cleverer. Wir haben das Messer zwischen den Zähnen und wir zeigen direkt ab der ersten Minute, dass wir die deutlich bessere Mannschaft sind. Egal wie der Rasen ist, dass wir mit der richtigen Einstellung auf den Platz gehen. Und dann bin ich fest davon überzeugt, dass wir morgen auch ins Pokal-Halbfinale einziehen. Das ist der große Traum von allen. Und einer wird uns dabei definitiv wieder helfen. Itakura steht im Kader. Auch Alassamplea wird zurückkommen. Auch Wöber wird zurückkommen. Die können morgen alle theoretisch spielen. Außer Omlin und Schwanscherer ist die volle Kapelle in Saarbrücken dabei. Und das macht mich hoffnungsvoll. Und meine Ausstellung für morgen ist wie folgt. Ich gehe mit Nikolas in Tor. Ich gehe mit Itakura in der Innenverteidigung, weil ich glaube, er ist für unser Aufbauspiel noch wichtig. Er hat die nötige Spielpraxis. Er hat ja quasi durchgespielt im Asia Cup mit Nico Elwedi hinten drin. Ich gehe mit Stevie Leiner, weil ich glaube, wir brauchen einfach diese Bissigkeit von Stevie auf rechts. Luca Netz ist sowieso in einer guten Form, finde ich aktuell. Außer gegen Augsburg. Weigel, Rocco Reitz als Arbeitsmaschine. Neuhaus ist bei mir aktuell vor Kone. Ich fand ihn auch in München nicht so schlecht. Er hatte eine gute Bindung, fand ich, zum Spiel. Die Einstellung passt. In Leverkusen hat es auch schon gepasst. Und ich bin mit Florian Neuhaus absolut zufrieden. Und vorne gehe ich mit Plea, weil ich glaube, wir brauchen die Kreativität und die Abschlussstärke einfach von Alassamplea. Das funktioniert immer überragend mit Jordan. Und auf rechts glaube ich, dass Robin Hack mal spielen sollte. Einfach die Seite wechseln. Er ist ja auch ein Rechtsfuß. Ich glaube, das sollte funktionieren. Honorar war die letzten Spiele nicht so gut. Die Flanken kamen nicht richtig. Und ich glaube, dass Hack auch eine gewisse Mentalität auch noch mit auf den Platz bringt. Und das sind morgen meine ersten Elf für das Spiel gegen Saarbrücken. Würde ich so reingehen. Ich bin mal gespannt, was ihr zu der Ausstellung sagt. Und ja, damit würde ich sagen, würde ich die Folge auch für heute beenden. Morgen ziehen wir dann das Pokal-Halbfinale ein. Am Samstag gewinnen wir gegen Darmstadt. Und dann Europa. Wir kommen. Macht's gut. Ciao. Wir sind Borussia. Raute ist, was hier zählt. Das ist kein Scheck voller Leidenschaft. Für den besten Verein der Welt. Borussia. Raute ist, was hier zählt. Alle Leidenschaften über den besten Verein der Welt. Woher ist, was hier zählt. Woher ist, was hier zählt. Woher ist, was hier zählt.